Hey, wir sind in Katrin. Hey, du musst es nicht übergießen. Ja, und ich noch mal gesehen. So, ich schnuch durch. Ja, ja. Ja, dann schaue ich. Also im Filmzieher war es praktisch viele Stupide gewesen. Auch viel kleiner. Ja, es ist einfach kleiner. Wir haben die günstig genommen. Also wenn wir vielleicht den Äckern genommen hätten, hätten wir vielleicht mehr Zwiebeln, aber wir können ja nur von hinten. Ja. Ja, es ist auch noch herzig. Wie ging es? Nein, jetzt bin ich schon wieder ausgekriegt. Schöne Augen. Du bist doch schon eine richtige Katze. Ja, sie liebt das. Ja, und in den Ohren mögen sie auch. Ja, ja. Und die Becken auch. Ja, schmelzt es. Ja, Spidi. Ja, Spidi. Lass dir noch Zeit. Lass dir noch Zeit. Ich weiss immer gut. Spidi. Ja. 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 Ja.